Multiplayer ist echt so viel besser als Singleplayer. Ach, du meinst das ernst? Äh, ja. Im Multiplayer kann ich mit meinen Kumpels zusammen Spaß haben. Jedes Mal, wenn ihr zockt, schreit ihr euch nur an und beleidigt euch. Ja, das kommt vor. Kommt vor. Trotzdem besser als dein Singleplayer. Hast du überhaupt mal einen gezockt? Das ist wie ein großer Film. Bloß, dass du selber der Hauptcharakter bist. Du sitzt stundenlang in deinem Zimmer und chillst mit deinen NPC-Freunden. Wenigstens hab ich beim Zocken keinen Puls von 300. Naja, wir zocken halt auch gegen echte Spieler. Damit wir besser werden und abranken. Also das letzte Mal, als ich euch zocken gesehen hab, da warst du genauso hardstack wie jetzt auch. Äh, also das, das ist ne Lüge. Komm, eins gegen eins, sofort. Ein paar Sekunden später. Ja, klar. Der Leck des Todes. Kein Wunder, dass du mich dann holst. Ich, ich hab keinen Bock mehr. Pfeife.